Jetzt kommen wir zu deiner Königsdisziplin Ach Gott, kommt das jetzt schon? Ja, das kommt jetzt schon. Das Schauspieldiplom krieg ich gleich wieder weggenommen, wenn das jetzt kommt. Über der Übrig hab ich ein bisschen Angst. Also, Gesichtsgymnastik. Guck mal, angespannt. Guck, hab ich die ganze Zeit schon angespannt geguckt? Ich beiß dann oft hier drauf, wenn ich angespannt bin. Das ist mein Kiefer, die ganze Zeit beschäftigt. Aggression. Stimmt, man sieht's an einem Kiefer. So, und jetzt lachen. Mache ich die ganze Zeit? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Entsetzt. Ja, war schon ganz schön entsetzt. Optimistisch. Wütend? Schon wieder eine Kiefer im Spiel. Ich glaub, ich hab, glaub ich, neben meiner positiven Grundhaltung auch extrem viel Wut in mir. Ich kann dich gar nicht wieder angucken. Erschöpft. Traurig. Stolz. Tja, es ist geschafft. Gratuliere. Sehr gut. Hat man das mal mit dir gemacht? Nee. Nee? Ich sag dir jetzt ehrlich, ich bin auch ganz froh drüber. Ja? Ja. Gut. Das ist so die Rubrik, in der ich mit unseren Gästen am meisten Mitleid hab. Ja? Mhm. Okay. Ich sag dir, ich bin auch ganz froh drüber, 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 ich